hallo freunde der kleinen spuren heute habe ich mal wieder was von tricks express eine schöne 40 und die läuft auch richtig schön ich habe ja ein fehl für diese gussklumpen ich finde immer ganz toll ja das soll es auch mal wieder gewesen sein erst mal und ja für die kritiker unter euch ich weiß die locks kann man schöner repräsentieren auf einer anlage nun steht aber in kürzeren umzug bevor und da möchte ich mich jetzt also nicht noch mit dem anlagenbau beschäftigen was wird dann mit der kleinen anlage dann passieren wenn ich umgezogen bin ja das wird also schon ein bisschen dauern ich denke mal so bis in den sommer rein wird wohl die kleine anlage hoffentlich fertig sein und ja bis dahin werden ab und zu mal ein paar block vollstellungen kommen in den verschiedenen spuren wir werden sehen was kommt dann danke ich euch fürs zusehen und wünsche euch einen wunderschönen abend ein wunderschönes wochenende tschüss